und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus open bricks hatte ja vor nicht allzu langer zeit einmal ein problem dass ihnen liquidität gefehlt hat und da haben wir uns schon sets angeschaut als sie wirklich sehr sehr gute rabatte ich glaube damals waren es 50 prozent auf den gesamten lagerbestand gegeben haben um den lagerbestand zu minimieren aber ich habe mir gedacht ich hoffe auch noch mal vollpreis weil mir die sets die ich damals gekauft habe sehr sehr gut gefallen haben und deshalb habe ich hier zugeschlagen bei dem pterosaurus die obw s 0 4 4 5 aus der brick you raptor dinosaurerei 314 steine haben wir in diesem set und man bezahlt dafür zum normalpreis 20 euro ich war ja so ein typisches dinosaurier doku kind und deshalb haben mich diese open bricks dinosaurier sets auf jeden fall bekommen und ich fand flugsaurier schon immer super super cool die packung ist auf jeden fall sehr schön gestaltet das ist auch alles so ein wenig erhaben das ist eine tolle druckqualität und ich finde das sieht sehr sehr gut aus auch schön finde ich dass wir hier bei der box oben eine traglasche haben ab dieser box größe wird es dann auch meiner meinung nach langsam sinnvoll und auf der rückseite sehen wir noch mal den pterosaurus aus einem anderen winkel wir sehen den brick separator da drin ist und wir sehen dass wir an diesem set wirklich sehr sehr viel bewegen können denn das soll ein set sein was man auch sehr gut bespielen kann und was ich sehr sehr sympathisch finde wie gesagt die dinosaurier dokus haben mich bekommen dass wir bei der dinosaurier series hier auch noch einmal einen text zu den dinos haben und damit auch ein wenig ein bildungsauftrag erfüllt wurde hier sieht man zum beispiel dass die ältesten funde auf etwa 228 millionen jahre geschätzt wurden und ich finde solche infos zu solchen sets immer sehr sehr cool ich würde sagen ich mache das ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an wir finden in dem außen karton noch mal einen inneren karton und eine sache die mir bei openbrixers leider immer etwas sauer aufstößt ist die verpackungsgröße das war schon bei den kleinen technik autos so und ist auch leider bei diesem flugsaurier hier wieder so denn wenn man jetzt gnädigerweise sogar noch die gesamte dicke die ja auch nur luft umfasst von dem innen karton weg rechnet selbst dann haben wir vielleicht gerade so die hälfte des kartons gefüllt und das ist wie ich es so oft sage meiner meinung nach ressourcen und auch platzverschwendung ich meine natürlich kann man sich verschätzen oder hat einheitsgrößen aber das ist mir persönlich zu viel hier seht ihr auf jeden fall schon mal die steine tüten ich mag ja das design mit diesen aufgedruckten steinen die da drauf sind und ich hatte mit der steinequalität von openbrixers noch keine probleme ich bin gespannt ob sich das hier wieder bewahrheitet über die steinequalität reden wir aber natürlich wie immer während des baus und hier haben wir die anleitung diese ist klammer gebunden die papierqualität ist völlig in ordnung die abbildungen sind wieder wie bei den kleinen fahrzeugen relativ klein ich hatte aber zumindest bei den fahrzeugen keine probleme damit ich finde immer noch dieses aufklappen etwas komisch dass die anleitung mehr oder weniger wie ein kalender ist aber man sie dann trotzdem seitlich aufklappt aber das ist jetzt kein riesenproblem es wird auf jeden fall ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt man sieht schon 88 bauschritte wurden hier 14 seiten verewigt und deshalb haben wir hier wirklich eine sehr dünne und kompakte anleitung ich bin auf jeden fall sehr gespannt auf den bau und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal nach dem 35 bauschritt wieder und man muss ganz klar festhalten es wird die wenigsten überraschen das hier ist ein spiel set und kein vitrinen set dem muss man sich natürlich bewusst sein bevor man hier irgendwo die optik einordnen möchte denn das teil ist wirklich auf maximale beweglichkeit gebaut und wir haben überall kugelgelenke und andere gelenke um mit diesem set wirklich gut zu spielen und bisher gibt das auch die steine qualität her ich bin gespannt wie das dann bei den flügeln wird aber die steine haben wirklich eine sehr gute klemmkraft lassen sich trotzdem noch angenehm verbauen sie sind mir fast einen ticken zu hart bei manchen steinen aber das ist alles in einem guten rahmen und vor allem vom aussehen gefällt mir das ziemlich ziemlich gut wir haben kaum farbabweichungen die glänzenden steine sind auch wirklich glänzend und nicht matt wir haben wenige kratzer auf den steinen und alles alles was ihr hier seht sind keine stickers sondern prints was natürlich schon mal richtig stark ist hier kommt noch einiges mehr an prints und schon jetzt haben wir so viele prints auf diesem set drauf die prints an sich sind jetzt nicht die aller hochwertigsten aber für so ein spielset reichen die komplett aus man merkt aber natürlich kleine schwächen zum beispiel hier wo natürlich der übergang nicht perfekt ist weil nicht wie bei anderen herstellern hier die steine zusammen bedruckt worden sind für ein spielset sind nur prints schon außergewöhnlich ich finde es aber sehr gut wir haben ja bisher den hauptkörper gebaut und schon den kopf auch mit maul das maul können wir auch öffnen und schließen wir können den kopf bewegen wir können den hals bewegen und allein an den vielen kugelgelenken die man noch am körper sieht sieht man ja das wird auch genauso weitergehen also ich habe bisher viel spaß damit und ich hoffe natürlich dass das so bleibt wir sehen uns dann gleich denke ich mit dem fertigen flugsaurier wieder und damit ist unser könig der lüfte der pterosaurus von openbricks auch schon fertig ich habe ihn gerade in einer position eingestellt bei der aus sich mit den flügeln abstützt und auch stehen kann denn ohne dass er sich auf den flügeln abstützt kann dieses set natürlich nicht stehen aber der große vorteil von dem set ist ja gerade dass man es wirklich sehr sehr frei einstellen kann wir die vielen gelenke haben und damit der flugsaurier auch viele posen einnehmen kann also wenn wir uns das mal anschauen fallen natürlich erst mal sehr sehr viele prints auf da haben wir ja auch schon drüber gesprochen das ist wirklich bemerkenswert wie viele prints in diesem spiel set dabei sind und wir können hier die flügelspitzen einstellen wir können hier die krallen einstellen wir können natürlich den flügel an sich einstellen wir können den kopf vorn bewegen haben hier noch mal zwei gelenke zum einstellen wir können das maul öffnen und wieder schließen und wir können die beine hier komplett frei bewegen also hier sind wirklich sehr sehr viele spielmöglichkeiten drin und obwohl das set ja wirklich viele gelenke hat um diese beweglichkeit zu bekommen sieht es für so ein spiel set auch noch echt gut aus und es ist durchaus beeindruckend auch wenn hier natürlich viel luft umbaut wurde wie groß und auch für ein kind durchaus imposant dieses set am ende geworden ist aus so wenigen teilen die steinequalität ist auch genauso geblieben wie in dem zwischenbauschritt also das verbauen macht spaß das baugefühl ist gut und die klemmkraft reicht auf jeden fall für so ein spielset aus also hier fällt so schnell nichts ab oder auseinander er ist mir vorhin sogar aus der hand gefallen nicht aus einer riesigen höhe aber schon vielleicht so 30 40 cm und er ist auf dem tisch aufgekommen und es ist gar nichts passiert natürlich die gelenke haben sich verstellt dafür sind sie aber auch da aber es ist nicht ein stein abgefallen so soll das bei so einem spielset sein einen vergleich ob das jetzt realistisch zum vorbild ist kann man hier natürlich nicht machen einerseits weil es ein spielset ist und andererseits weil ja nicht mal die aktuelle forschung weiß wie und in welcher form dieser saurier wirklich existiert hat das sind ja auch alles nur rekonstruktionen und dementsprechend brauchen wir jetzt nicht anfangen über farben zu reden das kann man schon mal gar nicht nachvollziehen oder ob die form von diesem saurier nun wirklich genauso war wie sie jetzt hier dargestellt ist ich finde aber es ist eine schöne interpretation von den funden 20 euro für 314 steine ist natürlich erstmal ein höheres preissegment auf den ersten blick wenn man dann aber die qualität der steine sieht die schiere anzahl an prints und auch die größe der steine und den spielwert den dieses set dann am ende bietet ist dieser preis auf jeden fall sehr angemessen und dementsprechend gibt es von mir auch für dieses set hier eine kaufempfehlung ich hatte wirklich spaß damit und ein kind wird im spiel damit noch sehr sehr viel mehr freude haben und auch beim bau gab es überhaupt keine probleme also die anleitung ist eindeutig und man kann dort alles super erkennen und was ich auch noch gut und praktisch finde ist dass man das set aufgrund seiner vielen gelenke ohne es wirklich auseinander zu bauen sehr schnell in ein paar einzelteile zerlegen kann und es dann zum beispiel auf geburtstage oder ähnliches zum spielen mitnehmen kann ohne dass es in der tasche zu viel platz verbraucht wenn ihr natürlich dieses set oder ein anderes aus der dinosaurierei von openbricks selber besitzt dann schreibt wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer waldibrick